5 seconds remain Hallihallo Hallöchen Wir spielen wieder ein All-Pick-Rank zum Um Dings Und Ja, mal gucken Abaddon PA I will not pick Okay Okay Select a hero, please Pfff Only Ten seconds Five seconds remain Ahhhhhhhhhhhhhh Select a hero, please. Das mal wieder und deswegen wollte ich mich eigentlich einranken und ja. Was? 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 Was are you, a joke? A living joke? Wow 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 Nice pick Spectre Nice pick Wow Nice pick Spectre Nice pick And can heal And so This one Is in the bag Dragon Oak Look how they flee before us This one's in the bag The hell My god Fuck What the? Yes Mhm Okay Sniper Is einfach Faster 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 Can you do what? Bist du noch Schiss Ersetzen Ah Ein bisschen weiter oben Und du hast so viel mehr Vision Hmm Mhm Mhm Don't cross my path Don't cross my path Let him know Hmm I guess Hey Oh 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 Ah, Mann. Ah, Mann. I'm a massacre. I have to die soon. There are no innocents. Attack! The killing begins. Oh, my Lord! Do you know that? Do you know that? My axe is first. Oh, it's the killer. Oh, no, 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 no... We are going to play! I'm going to play a game of video. Hmm. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Fuck. Mein Gott, neem. Nichts, nicht... Ah, keine Ahnung. Hm. Hm. Dang it. Oh, Vendor! Was soll man das denn machen ohne Vision, hm? Was soll man das denn machen ohne Vision? Was soll das Stück Scheiße, was hier da platziert hat? Ich finde ja viel zu viel, wenn ich da zurückgehe. Das Katapult kriege ich jetzt oder was? Mein Gott! Ahhhhhhhhhhhhhhhh Dang it, ein Fehler, ein Fehler. Ich habe es nicht. Ich habe meine Hände. Ich liebe die Kriege. Ich liebe die Kriege. Ich liebe die Tränen. Ich liebe die Tränen. Ich liebe die Tränen. Jaaa warum hat er die range warum das kann nicht sein der kann das kann nicht das kann doch nicht euer ernst sein dass er da die range für hatte das ist doch ein witz ich laufe wenn ich ja spiele laufe ich den ewigkeiten hinterher bis irgendwas passiert ja 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 wir sind mit warum wir sind damit vier man wir hatten ja, aber gegen wen Das war's für heute. Ich höre dich. Und ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Oh mein Gott! Mein Gott! Ich höre dich. 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 Gut Maiden, bleib da stehen. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh mein Junge Guck, dass wir da einen Sentry haben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und glaubwürdig? tym Center untertitelung des ZDF für funk, 2017 which also Eventuell habe ich Glück und ich kann mich... Es geht. Was ist denn? Scheiße. Ich bin schon mit Battlefury. Junge, Junge, ich müsste nicht da sein. Okay. Okay. Fuck. Oh, shit, man. Shit, man. Shit, man. Shit, man. Warum? Das ist eigentlich das Gem. Niemand hat das Gem, weil Spectre das wieder verloren hat. Ich will immer drauf tippen, dass Bounty das Gem hat. Ja. Nee, das... Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich da manchmal zu sagen soll, weil... Ich meine, Abaddon ist jetzt da oben, aber... Zum Beispiel für PA brauche ich jetzt eigentlich als nächstes Monkey King Bar. Von daher... Ah, leckt mich, da war doch schon wieder einer. Das Katapult ist immer noch dran, also verlieren die definitiv... Oh, shit. Ich weiß nicht, was ich... Hmm... Ich weiß nicht... What the hell... Wieso hat er mich gesehen? Ich dachte, Spectat... Spectat ist das Game... Ja, schön, warum hat er mich dann gesehen? Ich weiß nicht... Hier kommt der Sniper. Hier haben wir noch zwei übrig. Das ist wunderbar. Hier ist eine Battlefield-Fury, wäre ich schon längst dadurch. Komm schon, Mann. Oh, fuck. Kann ja auch damit rechnen, dass der verdammt nochmal das dabei hat. Kann ja auch damit rechnen, dass der Idiot... Ich weiß nicht, dass ich mich schümmen habe gegen jemanden. Oh, fuck. Ah, fuck, man. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So, maybe I'll be moving. Nice deal. Hmm. 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 Junge, Junge, Junge. Tatsächlich hat er ihn erwischt. Kann schon, Mann. Hmm. 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 Hey. Yeah. Hmm. Mit dem 20. Wow. Ich kann mich nicht überraschen. Ah, verdammt. Ach wirklich, ich spürte ein. Aber dann hat das Gem... schön. Ach wirklich, ich spürte ein. Oh, shit. Ich spürte ein. Verkaufen kann ich ja nicht, ne? Ich spürte ein. Das Problem ist einfach, dass hier jederzeit eine auftauchen kann, vor allem PA. Das ist halt ein Problem. Ich spürte ein. 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 Top Tower unter dem Platz. So. Ah. Oh, haben wir das Gem wieder. Ich spürte ein. Ich spürte ein. Ich spürte ein. Ich spürte ein. Ja. Ich spürte ein. Ich spürte ein. Ich spürte ein. Du hast es nicht. Ich spürte ein. Und das ist alles. Ich spürte ein. Ich spürte ein. Das ist die Bestie der Eise. Ja! Mann! Ja! 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 Geh! Geh! Ja! 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 Was ist überhaupt mein restlicher Kram? Ich dachte ich wollte ein Sangenjascha haben, wo ist mein Kram dafür? Haben die Sangenjascha geändert? What the hell? Stimmt doch was nicht, die haben doch Sangenjascha geändert oder nicht? Nein, haben sie nicht. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Okay, das ist ein Sangenjascha. Ja. 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 Sieh mal einer an. 20 Sekunden schaffe ich vielleicht nicht ganz. Okay, irgendwie einer wird dran glauben müssen. So, normalerweise müsste ich jetzt sogar PA schaffen, wenn sie nicht gerade ein paar Stifling-Dagger wirft. Stimmt, müsste ich eigentlich mal... Müsste mal ein paar von denen hier erledigen für meine Aufgabe. Müsste ich mal hier. Hoppla... Hoppla... Der Überraschung habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh... Ah... Komm schon. Auch. Ah... Ah, 220 Creeps. Ich muss... Ich muss halt um... zurückgehen. Ich bin... Ich bin... ach... Ich bin... Ich bin... 35 muss von den erledigen, ja? Shit. Oh. Da bin ich glücklich, dass ich da durchgekommen bin. Die hat hier abgefarmt. Scheiße. Aber hier haben sie die nicht gelassen. Interessant. Ein Silver-Ed wäre natürlich auch noch. Hm. Missed. My Axis Thirst. Not all of it. So feed my brain. There are no innocents. Okay. Okay. Er ist tot. Er ist tot. Es ist niemand hier. Ah shit. Da. Dang it. Nicht. Nicht, nicht, nicht. Ach du Arsch. Er ist tot. Er ist tot. Okay. Ich bin immer noch nicht auf den blöden Highground bei denen gekommen. Hoppla. Okay. Ja, dann baut er sich halt ne Radiance. Ich hab Ehe. Komm, lass mich hier. Schnell, 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 bevor der die holt. Ja. Komm schon. Ja. 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 Okay. Okay. Let's... Junge, Junge. Vielleicht hätte ich dabei sein sollen. So, nein. Hm. Und da war PA. Und da war. Ah. Oops. So weit. Das ist gut gegen ihn. Und wenn ich auch noch so viel Damage raushau. Das einzige Üble, was ich hab, ist äh. Hoppla. Ohohohoho. Ohohoho. Okay, ich muss zugehen, das tat echt weh. Dann hätte ich mich vorher Invis gemacht, dann hätte er mich nicht getroffen. Definitiv nicht. Acht, neun, zwölf. Wenn das so weiter geht. Oh, die hat noch nicht mal irgendwie satanic oder sowas gemacht. Hm. Oh, Mann. Hätte ich die angegriffen. Und Lucky Bash am Anfang bekommen. Hm. Hm. Ich verstehe mir gerade gar nicht so. Nice. Ah, manchein, du brauchst ne halbe Stimme. Oh, ist das Juggernaut. Der echte? Nein. Ilwar. Er ist immer noch nicht fertig. Er ist immer noch nicht fertig. Komm schon. Irgendwo war doch AA hier bestimmt. Ah. Ah. Hier ist überhaupt keiner. Ah. Ah. Schon wieder. Wir hatten Divine, okay. Es sind Creeps hier. Ist das die richtigen oder die falschen Barracks? Das waren die richtigen Barracks. Schon mal. Irgendwer müsste ich außerhalb erwischen. Oder eben... Shit. Keine Creeps da. Farmer ist das unterwegs. Farmer ist das unterwegs. Und hier habe ich auch so ein Problem damit, die anzugreifen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Agony in love. Junge Junge. Wenn ich jetzt allen einen Moonshrad besorge... Komm schon. Komm schon. Der Zukunft? Ja! Mehr Dax ist blind! Feet, mein Grae! Aaaaaah! FASTER! FASTER! Boah, ich kann nichts machen. Ich hätte einfach pushen sollen. Wahrscheinlich. Ich könnte das Ganze beenden. Theoretisch. Frage ist BKB oder... Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Komm schon, Mann. Wenn ich nur in die Base kommen würde... Ich höchste so viel Schaden an. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich muss nur... Komm schon, lass ihn Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Ah shit, man Wenigstens haben wir jetzt Mega-Creeps Was hat mir da gefehlt? Ah, ich hätte das Daedalus raushauen sollen Verdammt Ich hätte das Daedalus raushauen sollen Ich meine, haben wir jetzt Mega-Creeps Ah, ich bin immer 60 raus Aber ich denke mal, die werden das Eventuell hinkriegen Ah Ah, komm Na, komm Ist jetzt auch ein Silver Edge Hm Okay Oh Oh Du bist doch Naja Hm 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 So, im Pi hatte ich nicht wirklich viel zu tun Okay Komm schon an Komm schon an 10, 12, 13 Naja Ah Jetzt habe ich das beschleunigt Ups Aufgestiegen auf Level 8 Wunderbar So Okay Nein Ich muss, äh Ich muss los Ich muss weg Ähm 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 Tja 11.000 Gebäude Damage Wer hat die Gebäude gepusht? Ich war's Wer hat einen Moment dafür gebraucht? Ich war's Aber das ist egal Und wäre ich mehr auf Kills gegangen Aber naja Hätte ich eine Battle Fury gehabt, hätte ich natürlich noch viel mehr farmen können Ahhhh Aber ich hätte wahrscheinlich nicht so viel Erfolg gehabt Ich habe nur 2.200 Damage zu Ah 10.000 gegen Abba dann Ah, den hätte ich Den hätte ich in seiner Dingsform vermöbeln können, wie ich wollte Mit dem Bash hätte ich den gehalten und dann zerlegt Naja Juuu Das war's dann vermutlich für heute Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Heute Abend oder morgen Ciao